Hallo Leute, hier ist wieder Mr. CommanderBly66 und... Juruze99 Und wir zeigen euch heute Unboxing, also Unboxing, noch nicht aufgemacht Lecker Geschleck Das Video von dem Tausch, also ich hab mit CommanderBrick getauscht Per Post und er hat es jetzt gestern losgeschickt und heute ist angekommen Wir haben ein bisschen getauscht, ja Und, ja, das mach ich jetzt vor der Kamera Auf Ben, halte mal kurz die Kamera Also Ich mach jetzt auf Geh auf Geh auf Geh auf Sorry CommanderBrick Yeah Und ich zeige alles ganz langsam Zeig da hin Geh dann Ein EP3-Klon Klick Noch ein EP3-Klon Ein Gelber EP3 Äh Noch ein EP3 So Der Typ hier Noch ein EP3-Klon Noch ein EP3-Klon Was für eine Überraschung Und Griebus Und Griebus Mit seinen vier Lichtschwertern Oh Wow Okay So Ich mach hier kurz die Arme rein Das sind die Abonniert Kommentiert Und Bewertet Tschüss Das ist Das ist Das ist